Bei der Reparatur des Bodens unseres Werkstattwagens ist mir diese Konstruktion aufgefallen. Erst bei einem Blick auf die andere Seite der Wand wird die Funktion klar. Es ist die Notbremse. Wenn jemand den Notbremshebel zieht, wird die Klappe geöffnet und die Bremsleitung wird automatisch entlüftet. Mit der Folge, dass der Zug stehen bleibt.